Hallo Freunde, willkommen hier auf unserem Balkon zu diesem wunderschönen sonnigen Tag. Heute gibt es mal eine spezielle Form von Video und zu einem 15 Facts About You. Ganz genau, denn wir haben heute nicht nur eine Crime Time für euch, sondern gleich drei. Wow. Von jedem von uns eine, denn ihr habt euch seit tausenden Jahren gewünscht. Erzählt uns mal zu euch selber wirklich solche hardcore persönlichen Sachen, die niemand weiß. Genau, wir gehen jetzt erstmal runter und dann sind da die Türen von uns allen dreien. Und ihr könnt euch eine aussuchen, indem ihr darauf klickt. Ich würde aber nicht reingehen, Freunde. Es wird mysteriös. Wir würden nicht in andere Sachen gehen. Ein paar Kondome liegen da schon rum, ne? Komm Freunde, los geht's. Let's go. Ihr könnt jetzt einfach auf ein Gesicht eurer Wahl klicken oder solltet ihr mit dem Smartphone oder sonstiger Gerätschaft unterwegs sein, haben wir die Links zu jedem Video nochmal in die Beschreibung gepackt und dann könnt ihr da loslegen.